Ich erkläre euch heute, worauf ihr bei der richtigen Wahl eures Handballs achten solltet. Die richtige Wahl hängt zum einen von eurem Alter und Geschlecht ab, zum anderen aber auch von eurem Gebrauch. Als allererster Ball für Kinder eignet sich ein weicher Schaumstoffball. Durch seine weiche Oberfläche lässt er sich auch von kleinen Händen gut fangen. Zudem mindert die weiche Oberfläche die Angst vor dem Ball bei ersten Fang- und Wurfspielen. Für die etwas größeren Kinder empfehle ich den ersten richtigen aufpumpbaren Handball. Jedoch sollte auch hier auf eine weiche Oberfläche und ein geringes Gewicht geachtet werden, damit das Fangen und Passen kinderleicht erlernt und verbessert werden kann. Als fortgeschrittener Spieler mit guten technischen Fähigkeiten ist zudem die Qualität des Rebounds wesentlich. Dieser wird durch die Blase im Inneren des Balls bestimmt. Eine hochwertige Blase hält großen Druckstand und durch die vielen Schichten um die Blase wird ein korrektes Zurückspringen des Balls garantiert. Wenn du einen Ball suchst, der sehr hohen Belastungen optimal standhält, ist die Widerstandsfähigkeit ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Handgenähte Bälle sind die widerstandsfähigsten. Das Logo der IHF, der Internationalen Handballföderation, garantiert die die Einhaltung von festgelegten Normen und einen hohen Qualitätsstandard. Da ihr nun wisst, welcher Ball zu euch passt, müsst ihr nur noch die richtige Größe wählen. Bei den Größen 0 und 00 handelt es sich um inoffizielle Größen. Diese sind für Kinder unter acht Jahren geeignet. Die Größe 1 ist die richtige Größe für die weiblichen Jugend E, D und C, das heißt Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren, sowie die männlichen Jugend E und D, Jungen von 8 bis 12 Jahren. Die Größe 2 ist die richtige Größe für Damen, sowie die weiblichen Jugenden B und A, das heißt Mädchen ab 14 Jahren, sowie auch für die männlichen Jugend E und C, für Jungen von 12 bis 16 Jahren. Größe 3 ist die richtige Größe für Herren, sowie die männliche A-Jugend ab 16 Jahren. Jetzt, wo ihr den richtigen Ball in der richtigen Größe ausgewählt habt, bleibt mir nur noch, euch viel Spaß damit zu wünschen.